also ich sehe jetzt nur 2 gleich rechts gleich rechts ja rechts von dir gleich süd süd östlich 150 der wartet und dann nimmt der lanze mit in den nahkampf die land ist geil da will ich auch ich will die auch einen frei haben ganz ist auch gut gegen boss also mein ziel ist heute mit euch auf jeden fall bis 100 zu kommen da muss doch mal was treffen werden die ganze zeit getötet ich hänge im turm ich guck nur zu ja also meine stärke ist werfen und zu gucken ja mann du da ist ja ich hab sogar licht gesehen ja da am maisfeld im kornfeld ist auch der punkt glaube ich irgendwo hier auf den waggon hier sind kassel erholt erst mal die kohle natürlich ist wichtig da läuft 2 1 halte da hatte ich auch gerade im visier den kopf ja bist du da fertig bist alles wirklich vorbei links von mir nein der von hinten geschossen echt man tagiere dich soll ich mal 1 1 bringen wir den mal ich gehe entfalten ich muss nachladen ich nähere mich mal mit meiner lanze doping gehen links links ist darunter gesprungen links alter wie hat er mit den getroffen kann ich mir schon angucken jetzt noch nicht da liegen zwei für dich habe ich dir dahin gelegt naja ich bin ja immer das der der sich opfert aber hier oben drauf looten ist auch ganz toll der andere ist hier wohl irgendwo runter gefallen ich habe nur den kopf gesehen keine ahnung hier liegen waffen sogar auch eine lr war wo ist der typ dazu wo ist der andere der den da eben wiederbelebt hier der reingepackt du hast den gekillt oder beide gekillt ja hier ne ja wenn hier die waffen liegen oder sind das die von dem da oben schein von denen zu sein rotes kopftuch hatte der 2 der den glaube ich wiederbelebt und dann die hat geschrien tja wollen wir auch nicht nicht dass der doch noch liegt ich habe nur den kopf gesehen also wenn das so sein sollte dass die noch lebt hast du was zum verbrennen dann mach ich das spiel aus gehen dotter rein und lernen dotter wieder ja ich habe über zum verbrennen dann burning aber na boss hier bei uns auch na gehts nicht was boss ist bei uns hier ja wir könnten ihn schnell machen ja fangen an hier 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 vor mir ist er hier ist eine waffe bestimmt ja und hier oben hängt die ja so wir waren satsche kam mit dort wo hier 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 Was ist das? 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 Ja. Hast du? Jawohl. Das ist verbannt. So, Toni und ich geh aufs Dach. Oh, irgendein Idiot hat hier alles angezündet. Ja, der Boss. Was klappert denn da? Was ist das hier? Das ist der Kopf von dem. Der backt rum. Das ist ja abgeprügelt oder was? Abgetrennt. Nee, abgeprügelt. Nee, der backt so ein bisschen rum, wenn der gegen läuft. So, hier hinten ist der, lass den, nee, der bewacht den Eingang, der Mannen-Typ. Und hier, dann hier oben wurde ich letztes Mal selbst erschossen, glaube ich. Ja. Der konnte hier rausgucken. Links von mir. Links von mir. Dann gucken, wo du bist. Links von dir. Ping doch mal. Ich hab hier Matsche laufen gehört, glaube ich. Ich siehste ja aber so schlecht. Doch. Irgendjemand hat den Motor da angemacht. Ja. Ja, die Zombies laufen hier unten auch irgendwo hinterher. Meinst du, ist einer hier unten? Ja. Gut. Ich hab da nämlich noch was von. Ja. Hier außen. Oh, äh? Wenn man bin ich tot. Top Schuss. Okay. Guck mir da. Philipp Paul. Machst du Fenster zu? Nehmen die jetzt ein Medikit? Nein. Achtung. Kommt was geflogen. Ich geh runter. Zum Boss. Ja. So. Die haben sich's geholt. Einer von denen. Hä? Ja. Ich muss mich bandagieren. Ich konnte noch nicht hin. Dann schießt du auf mich. Ich hab das andere Ding. Okay, sie sind beide da hinten. Pingen wo? Da hinten. Da hinten? Ja. Da hinten. Ich kann leider nur von drin hier an die Wand pingen. Ich laufs rum. Ja. Direkt vor dir jetzt. Pass auf. Ja, ja. Da müssen die irgendwo sein. Die laufen doch nicht weg. Ja. Ein, beide hier. Ja. Ja, der andere ist da hinten. Ja. Würde ich nochmal in den Linkspunkt auf hier. Wär grad ein Zombie gefüllt. Ich seh' nicht doch da. Ich bin auch vor dir, ne? Ich seh' ihn. Weißte, genau hinten. Hinter dem großen Berg da. Um den skripten Baum. Dein Körper brennt. Ich trenne immer noch. Ja, ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, danke. Geil. Oh, mit der Lanze im Wasser ist, äh, ganz doof. Mhm. Zum Glück war der genauso blöd, wie sie hier immer sind. Hier liegt er. So, Waffen. Wo sind die Waffen? Ich seh' nix. Schattensicht, Buß, Verbandstasche. Sehr schön. Oh, der andere liegt da hinten, ne? Weißt du noch wo? Ja, ungefähr. Ja, am Turm da, ne? Wo war das hier am Turm, ne? Irgendwo. An der Brücke. Äh, wo ist denn jetzt die Bounty? Hast du die? Ich hab eine. Ich hab eine, ja. Ach so, weiß angezeigt heißt, ich hab die und blau du, oder was? Mag sein. Wo, wo, hä? Wo war das denn eben? Wo waren denn die Waffen? Ich muss den wiederfinden, weil ich hab meine Waffe weggelegt. Meines Schnapper. Wo war das denn? Von wo kamen wir denn? Von da hinten, ne? Ich hab, ich hab keine Ahnung, ob ich noch mal hab nicht gesehen, wo du den erschossen hast. Ah, voll falsch. Ah, die Richtung müssen wir nochmal. War der Wasser, oder was? Ja. Ach, hier. Hm. Achst. Okay. Oh, mein Schnapper hab ich auch wieder. Call to L. So, wohin? Links, komm, komm mit. Raus, ne? Bounty des Tigers. Der Jon, der wartet. Vielleicht ist Jon dabei, da weiß ich nicht, ob wir überhaupt eine Bounty mit rauspringen. Aber Jon ist grad nicht da. Ich hab keinen Schuss mehr. Achso, der ist tot. Okay. Ich glaub, falsch, falsch, wieder. Naja. So kennen wir dich. Wie immer. Ich mach mal Schatten sich nochmal. Nichts zu sehen. Achso, ja. Ich muss mich wieder hochheilen hier. Ich muss gleich zwei Balken zurückkaufen. Jon? Bitte? Ja? Hallo? Achso. Hallo? Wir sind auch am Escapen hier. Gleich so. Warum ballert das da hinten so? Ich bin das. Achso. Geht's wiederum, ja? Na, rote Fässer, ne? Ich muss aber jetzt gleich noch eben eine schmücken und dann einen Drink holen. Was trinkst du denn? Milch hab ich gerade getrunken. Halbes Glas. Und das andere halbe Glas war voll mit Feig den Kokonaten. Wir nennen das Mäusepisses bei uns Milch mit Wodka und Zucker. Ne, normal. Also ich liebe die Chö 43. Ja. So, und Madame, jo. Feig den. Ich schnapp's noch, hat Feig den geholt, so. Find ich auch nicht so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.